UNTERTITELUNG The New Orleans Achtung! Liebe Mutti, mach dir keine Sorgen. Es geht mir gut. In zwei Monaten bekommst du Gummischiefel. In zwei Monaten? Ich lerne hier viel über den christlichen Glauben. Was soll das denn? Ich will sofort Gummischiefel! Weitermachen! Na los! Ich werde gut versorgt, bin tüchtig an der frischen Luft und habe eine Menge neuer Freunde gefunden. Komm nach Hause! Das muss ich mir regeln. Einfach mal richtig erklären. Schreib mir bitte bald. Dein Wolfgang. Das ist Angelika, die Tochter von Borgmann. Kannst du den hier für mich abschicken? Und das mein Vater rauskriegt? Bitte. Abendbrot entfällt. Wir sollen die Jungs das durchhalten morgen! Geht hier nicht um dich, klar? Dann hol ich uns eben was zu essen. Dann hast du die Jungs einfach nicht im Griff. Dann mach doch alles. Hey! Ja! 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 Es ist ein Kind. Da oben setzen Leute fest und der Sturm wird schlimmer.